Hallo liebe Artenfreaks, wir haben Sonne, wir haben 16 Grad. Wie cool ist das denn? Und natürlich geht es jetzt los, jetzt fängt der Hasen an zu wachsen und ich hole jetzt meinen E-Flex raus. Ich werde tatsächlich mit Gruma mähen, weil ich die Wurmhäufchen mit dem Gruma ein bisschen wegfräsen möchte. Ich stelle die nicht zu tief ein, mal schauen wie das geht. Noch tiefer möchte ich nicht runterstellen. Oh mein Gott. Ah. 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 Das ist... Geht nicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut. Es fängt an zu blühen. Nicht schlecht. 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 Cool, ne? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.